Are you ready Boots? Start walking! Wir nehmen zwei Logis mit Wir nehmen zwei Logis mit Geron hat noch einen? Wunderbar Wir fahren erstmal nach Swingen rüber Werden da die erste kleine Fop setzen Und dann noch zwei weitere Und mal gucken wie das läuft Die werden halt von hier unten über den Berghügel kommen Ich mach mal Feinmarker hin Die werden hier auch mit Fahrzeugen rauf fahren Hier oben gibt es eine freie Fläche An dem Hügel Da sind die relativ schnell oben Da können die das ganze Tal bestreichen Ach Brauner du bist so ein alberner Sack Das ist kein Spot Werfen wir offen oder klappen Doch da musst du hier einfach kurz bei Dings mitfahren Alles zu Hat die anderen bei Swingen Lass uns hier mal bei Swingen eine zurückgezogene Fop setzen Die man von dem anderen Tal Von dem südlichen Tal aus nicht sehen kann Ich stell dich mit der Tandem in den Tunnel Ja mach das Stell dich mit der Tandem in den Tunnel Ich werde euch vor allem dir am Arsch hängen und dich mit Muni liefern Mein Freund Kann nicht mehr aussteigen aus dem Fahrzeug Soll ich dich ja schießen? Ja mach mal Schau mal ob das hilft Ja genau Ja Oh das soll immer mal machen Heb mich mal auf Leg dich mal hin Ne Ich kann kein Radium mehr setzen Wow Nick ich geb dir mal Spotlead Doch beim Logi kannst du wechseln Warte mal warte mal Ich probier mal schnell was anderes Muss ich zurückkommen nach Swingen oder wie? Korrekturfeindlicher Striker geplatzt Soll ich den Tunnel schon mal vermieden oder? Ja So Rally steht Radio steht auch Okay Amorbox steht auch Die Amorbox erst noch da kann ich wieder zurück wechseln Ich musste jetzt ins Fahrerkit wechseln Auch sehr lustig Ah hier Ah hier Wir haben hier bei der Hub ne Repairbox gesetzt Wir werden jetzt gut Als machen wir was anderes mieses Hab ich genug drin im Logi? Ja So Robi wir bleiben ein bisschen im Row 8 Ja wir fahren jetzt ganz Wir fahren jetzt ganz nach Süden runter Und bauen oben ne Fop die das ganze Tal dominiert 10er Baupunkte ne Okay dann kommen wir da doch nicht mit Wir gehen nach vorne Ja ist gut Ja ist gut Ja ist gut Halt mich am Berg Was los mit Wir fahren mitten durch den Wald Denn hinter Topping Aber Olga soll links fahren Ich seh wo Olga ist Ich seh doch wo Olga ist du Blut Ja Ja Mein Gott Ey dick Ja ja Hauptsache Wir haben hier 5 Werktage aus dem Terminplan gekürzt Wurde die Sonnen Bitte du musst Trotz Montag frei Ja Pakete Treffer Hm wo fahrt ihr hin? Pädra Diggel dich Horsteinforce ist nearby Horsteinforce ist nearby No random де Ja warte hier parishion Vladimir Ja warte hier ist Infanterie Die kann ich weg Ja bin nach 600m Das war die Handkante, zum Einsatz. Hi. Wer steht hinter uns? Laut. Ja, da war auch die Infanterie hinter uns. Ja, warum erschießt ihr mich? What the heck? Bradley zerstört. Du hast gerade unseren Rallye getötet. Hey, ihr seid auch nicht zugefahren. Nein, ich auf euch. So, jetzt. Können wir mit der anderen Lodge hinterher kommen? Ja, ja, kommen wir mit der anderen Lodge hinterher. Passt schon. Ah, Holger, dritter Baum rechts. Sebastian, gibt's nicht mehr was zu wackern. Wer verteidigt den jetzt leitet? Wer war das? GG. Was haben wir denn hier noch mit... Scope. Auf Angriffsmarker. Ich wiederhole, wir haben niemanden, der leitet, verteidigt. Squad 4, bitte zurückfahren. Auf Angriffsmarker Feinfahrt. Verstanden. Wir haben bloß gerade Feinkontakte aus Süden. Ich sehe deinen Angriffsmarker. Ach, da oben. Wir versuchen, uns zu lösen und zurückzufallen. Squad 2 kann ich helfen, euch zu lösen. Ist das korrekt markiert? Ich glaube, die wird gerade gesprengt. Jo. So, Leute, wir lassen den einen Lodge hier oben. Olga, komm mal mit. Zieh den Lodge mal nach. Wir gehen hier runter nach Südosten. Die nächste Flagge wird... Wie viel soll ich auflassen? Bitte? Wie viel soll ich auflassen? Nur 1.000 Ammo abladen. Den Rest kannst du hier... Die restlichen Baupunkte kannst du mitnehmen. Das ist nur für die TUW hier oben. Da kommt ein Feintruck. Halt sie den aus. Entschuldigung, jetzt sind wieder Leute. Südöstlich von Squadleet. Ne, das ist unsere. Ne, das ist unsere. Ne, das ist unsere. Ne, das ist unsere. Ja, aber irgendwo habe ich noch einen zweiten gehört. Hier ist eine Straße, die könnte potenziell vermint werden, im Übrigen. Jawoll mache ich. Oh ja, das ist ja eine einzige Zugangstraße. Eins von H9. Na, die Straße zu minen wäre richtig wichtig. Ja, wir haben da oben bei der Hub auch noch Muni. Jetzt bin ich von Liste hier. Nur fast noch mal zur Hub. Kann man sich mal mit dem Lodge laufen? Ähm. Haben wir noch einen Feind? Nicht mal offen. Oh shit. Äh. Gameshoot. 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 Dreh mal kurz um und geh rauf zu Gerion bitte. Der hat den Feindlogi gefunden. Okay. Jo, clever. Kurz hier oben und check auf Infantry. Ja, eventuell war das der eine, den wir rausgeschossen haben. Ja. Ja gut, aber trotzdem. Ja, Olga, also das... Der ist so krass doof. So, die Hub setzen wir drüben beim anderen Schlussrufer. Ja, zwei Leute. Und wir werden uns dann... Kommst du dir hoch, Michael? Wo hast du die Infantry? Genau vor meiner Position. 20 Meter. Jetzt du stehst vor dem. Ich stehe vor dem. Hub steht hier. Hub steht hier. Hub hier beim Squad Lead. Zum Hochschaufeln. Muni Box kommt gleich. So. Wenn wir das Ding oben haben... Squad hier, bitte scoren bei Swinger und strecke uns ein. Wir fahren nicht in den Eindruck. Nick, hast du da... Wer ist denn an der TUW? Nick, oder? Negativ. Nein, Peggy. Okay, Peggy... Also wenn du da was Großes irgendwie hast, dann nimm das ruhig unter Beschuss. Du hast ja ein bisschen Amo da, du hast ja 3000 Amo. Ja, alles klar. Also auch wenn du eine Hub siehst oder so, hau ich mal eine TUW drauf. Das ist nicht so schlimm. Es lenkt die ab. Wir verlieren Lighted jetzt. Scheiße, aber ist hier hochgegangen. Wir gehen noch kurz auf Munitionieren, dann schluss mal zu die Vorhofer. Ja, wir müssen dann Lighted... Ihr könntet, wenn ihr auch Munitioniert habt, auch gleich zu Lighted runter. Leute, wir helfen jetzt gleich bei Lighted. Wenn ein Squad bei der letzten Flagge bleibt, dann können wir da nochmal schnell das ganze Ding umdrehen. Ja, aber wir könnten jetzt hier noch eine Hub setzen. Achso, okay. Da ist noch was drin. Ja, hatte ich eigentlich vor, aber da war halt massiver Feindkontakt. Deswegen konnte ich das nicht setzen. Leute, wir setzen hier eine Hub. Sie hatten hier massiv Feindkontakte, aber jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Das heißt, wir werden jetzt hier gleich noch eine Hub setzen. Abdrehen zum Lodgy. Abdrehen zum Lodgy. Woll ich nochmal rüber bei Marina reinkippen? Nein, dann brauchst du nicht mehr. Lass das, lass das. Die haben jetzt Lighted schon. Wo ist Süd? Ich brauche jetzt einen hier im Lodgy. Ich brauche einen im Lodgy. Ich habe mich mal erwischt. Ja. Heil hierbleiben. So, Radio steht. Feindliche Lodgy auf meiner Position fährt den Berg runter. Lodgy abladen. Ich bin da auch noch abgebaut. Achso, Entschuldigung. Freigegeben, freigegeben, freigegeben. Oh ja. Er kommt auf mich zu, Leute. Ah, Infanterie. Hofer, Südwest Infanterie. 100 Meter. Wo Südwest? Südwest von Tiers. Südwest Squad Lead Infanterie. Das war das Gott, den ich vor 20 Sekunden angesagt habe. Ja Leute, ich habe leider ein bisschen Chaos hier. Das geht nicht so schnell. Hofer, weit im Westen ist die Lodgy. Hier kann mir einer die Hub hochschaufeln. Hey, schaufelst du mir die Hub hier hoch? Die Hub hoch, wird auch wieder rein. Ist wichtiger. Die kommen hier den Berg runter. Durch die Schneise. Ah, komm. Ja, ja. Das ist nur Zweck der Übung. Ich habe den Fahrer rausgeschossen. Ich will die hier weghalten. Ich habe einen erwischt. Die haben Satzung und die haben auch... So, ich gehe hier weiter rauf, lenkt die ab. Ihr geht jetzt bitte unten rein nach Lighted. Los, 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 Leute. Wir brauchen eine Entlastung. Nein. So mit. Nick, High Heel. Ihr helft mir hier die Leute weghalten von der Hub. Der Rest vom Squad jetzt bitte runter auf Lighted. Der Rest vom Squad. Der Rest vom Squad. Der Rest vom Squad. Ja, ja, gut. Das wären wahrscheinlich die noch aus dem Lodgen. Ja, ja. Die werden aber da ein Rallye oben haben irgendwo, vermutlich. Die haben eine bestätigte Pop hier oben. Okay, lass mal übersetzen. Kannst du mir nochmal sagen, wo die ist ungefähr? Äh, G994. Hättest du noch die Moonkistung? Ja, komm sofort. G... Im Südwesten von G9. Bist du das Geron, oder? Positiv. Ich glaube, man kann hier nicht rein. Nein. Hier irgendwo, oder? Fehllastend. Nächste. Ja, ich kläre dir direkt nochmal sauber auf. Ja, jetzt kommt die Ammo-Box, Jungs. Entschuldigung. Und Hespo aufs Radio, bitte. Hespo aufs Radio. Seid ihr hundert? Nee. Wir sehen es aber nicht. Ja, ja. Aber müsste. Ich hatte eben auch... Danke. Alle reinpushen jetzt dann. Der Weg bis Leitet ist frei. Leitet scheint Feindfrei zu sein. Geh dann. Okay, 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 okay. Wir sind nördlich von Leitet in den Bergen. Ich hoffe, da kommt noch Feind-Infantrie. Die ist aktuell in meinem Osten. Charlie Macker. Hast du die Feind-Harm auch gut? Ich habe die in unserem Osten durchgelaufen. Von Süden nach Norden. Ja. Positiv. Südlich meiner... Nördlich meiner Position, Gerhard. Achtung, Feinde markiert. Nördlich. Ich komme zu dir rüber wegen Heilung. Ich höre ein Fahrzeug. Kannst nicht hören. Kette oder irgendwas. Nordwest. Nördlich. Lodgy. Auf meiner Position. Los, den schalten wir aus. Den schalten wir aus. Ja. Ausgeschalten. Voll besetzt mit Infanterie. Jetzt kommt der Striker gleich und will bei uns aufräumen. Haben wir einen Schützen da? Ne, nein. Scheiße, ich bin down, aber ich habe getradet. Infanterie Südwest, Squad Lead 150 Meter. Ja, hier kämpft man plötzlich. Ich meine, es kämpft Miro hier. Ja, wir kämmen das mal hier oben durch. Heimbekämpf? Nicht releasen. Ich lass die vorbei laufen und hol dich still. Zwei Infanteristen sind durchgerutscht. Das macht nichts. Einer hat Peggy wahrscheinlich erwischt. Okay. Ähm, vielleicht, weiß ich nicht. Aber eigentlich sind wir ganz gut positioniert, auch wenn das jetzt ein bisschen chaotisch und auseinandergezogen ausschaut. Aber wir haben jetzt den Lodgy weggenommen, verhindert, dass die nochmal eine Fomp setzen. Oh, AT-Schuss. M-Rap zerstört, das war unser AT-Schuss. Ne, geht ihr zwei mal da hoch. Ich geh mit Geron auf die nächste Flagge. Setz da auf den Rennen. Hier ist Q4, wir bewegen uns mal weiter Richtung Marina und errichten dann nördlich von Marina noch eine Fomp. Ah. Ja, die versuchen die Fop da oben wegzuholen, unsere Fop. Sorry, ich war noch kurz auf dich. Ja, Geron, ich komm gleich. Bin gleich da. Ich setz gleich da noch einen neuen Rally. Fop überrannt. Eigentlich noch einen weiter... Ja, Fop überrannt, genau. Schaut mal, dass ihr die da ausschaltet. Ja, ja, lass sie die Fop haben, komm. Darauf geschissen. Braucht kein Mensch. Wollen wir nur hoffen, dass sie die andere Fop hier noch finden, dann haben wir ein Problem. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Sehr schön, Hub ist wieder frei. Geil gemacht. Gut, Jungs. Schaut das... Die haben... Vielleicht haben die CD4 gepflanzt. Ich bin mir nicht sicher. Läuft weiter auf Marina. Eine Frage kennt einer bei uns aus dem Team mit dem Plantek Old plus den Cedo. Was? Der wirft Nebelkörper auf unsere Minen. Der markiert die damit. Ich weiß nicht, ob das jetzt aus Spaß ist oder ob er das absolut nicht macht. Ne, der hat mehrere Old plus im Gegner-Team. Nein. Kein Sichtkontakte haben mich direkt wieder geholt. Wie heißt der? Ah, die haben dann Rallye direkt mit unserer Hab. Im Squad 6 Old plus Cedo. Der markiert meine Minen mit Nebelkörpern. Und du kannst bei der FOP hier ganz im Westen spawnen. Oh, die FOP ist eh der Serialist. Die ist jetzt weg. Ja, die FOP ist jetzt weg. Lass die die FOP haben. Lass die die FOP haben. Lass die die FOP haben. Ist egal. Oh, meinst du die verschießen jetzt auch unsere Munition da oben? Jo. Machen sie. Ja, machen sie. Die Feinde an der THW oben. An unserer THW. Der Feind hat die THW besetzt da oben. Vorsicht, passt auf bei Marina. Die werden jetzt die... Ah, Feinde hier. Ganze jede Menge. Unten, unten, unten. Unter mir. Schuss halten. Schuss halten. Schuss halten. Ich probier was. Ich versuchte eine Granate. Warte. Nein. Ich hätte jetzt einfach nichts gemacht. Da ist einiges los. Ja, es war blöd von mir. Hochrat, du hättest... Überflüssig. Ja, es war überflüssig. Ich weiß. Ich war kill greedy. Das war einfach. Scheiße. Was ist das denn nach Ewigkeit, nachdem wir... Passt auf, die haben... Die haben unseren Rally entdeckt. Die werden hier nach Norden kommen. Ja, dann kann ich hier durchschwimmen. Feind, Lodgy. Gesichtet. Lass den mal fahren. Ja, wird grad die Muni weggezogen. Ja, Holger. Ich bin knappe geschafft. 1500 Euro. Ah, du warst es nix. Sehr schön. Sehr schön. Hau ab, hau ab, hau ab. Ja. Da kommt aber ein Abrams. Du haust in die falsche Richtung ab. Du fährst ja genau auf die zu. Weiß ich. Weiß ich. Ich muss erst wenden, mein Freund. Rückwärts fahren. Das ist auch nur zu. Aber ich muss pack Bäume. Hier zu. Hab ich da Patrin gehört? Hast du... Lodgy kommt hier. Bin unter Feuer. Bin hier schon unter Feuer. Das Lodgy hat eine Latt gefresst. Einfach nicht gut. Feinde beim Fluss. Haben wir den Zepper in der Nähe? Komm mit. Bin auf dem Weg. Ich hätte gerne hier auf dem Attack Marker eine Mine. Oder Minen. Wir werden jetzt auf der südwestlichen Straße. Direkt auf unserer Hub zu. Direkt neben unserer Hub an der südwestlichen Straße. Einmal ein MRAP und dann wird später folgen ein Abrams. Wo ist der Abrams, Nick? Der Abrams hat einen Hit. Abrams brennt. Wo ist der Abrams? Nick. Ja. Rotas südlich vor mir. 30 Meter. Hier steht eine Pfeu. Bradley auf einem Marker. Bravo. Ich... Du hast... Du hast einen Marker, Nick. Ja. Wo ist der Abrams? Marker gesetzt. Marker auf Bradley gesetzt. Ein Stück weiter noch. Der aktuelle Kampfpanzer ist nicht der aktuelle markiert. Nur der kam da runter. Versuchst du mal vor es zu kommen. Ich hab gerade... Vorsicht, wir haben am Fuß vor allem. Ah, okay. Gut. Entschuldigung. Nicht verstanden. Einmal her für ein Rally vielleicht. Am Wasserfall. Am Wasserfallfeinde. Ja, der schreckt und wird repariert. Wir nehmen uns blind und gehen zu uns auf die Hörn. Ja, das würde ich nicht auch machen. Ja, angeblich wurde der schon wieder repariert. Stimmt. Ja, aber schnell ist er da gar nicht weg. Die Panzer sind höher. Ich weiß, das heißt, wir sind auf 400 Meter auf jeden Fall. Komm mal dran. Holger, du kannst ja Moon reinladen. Ja, sehr gut. Ähm, Kampfpanzer kommt, Kampfpanzer kommt nach Norden. Das steht hier gerade. Vorsicht. Ich weiß zwar nicht, wo nach Norden, aber gut. Ich gehe jetzt oben im Norden nochmal vom Panzern her wieder. Noch ein Hit. Gut. Traumhaft. Traumhaft. Kannst du ruhig zum Lodgy laufen, Taki? Ja, stimmt. Hast recht. Versuch ihm noch eine zu kassieren. Versuch ihm noch eine zu kassieren. Hat noch einen Hit. Oh, das Ding ist zäh. Ja. Ja, aber ich habe jetzt genau zwei Leute noch. Und wir haben glaube ich noch eine Flagge. Ja, ich werde jetzt uns selbst umzulegen. Also, wenn ich sterbe, komme ich zu dir runter, Hofer. Ich glaube, wir haben noch eine... Ich glaube, wir haben noch eine Flagge. Der Panzer ist gerade gelungen. Ich habe noch einen M-Map gesehen im Süden. Der Panzer ist aber abgelenkt. Ich höre hier auch Grenadier. Ich höre hier oben im Süden wieder was. Ah! Water Storage kommt nach Süden runter. Leute, umkehren jetzt. Lass den Panzer. Lass... Ich habe daneben gehauen. Leute. Please focus the fucking objective. Wir haben jetzt Water Storage hier einzunehmen. Okay, dann habe ich ja richtig Glück gehabt mit der Hub, die ich da gesetzt habe für Water Storage. Achso, ja gut. Leute, können wir uns jetzt ein bisschen auf das nächste objective dann fokussieren? Dann gehen wir. Ja, sollen wir den Panzer einfach lassen, oder? Ist die Panzer mit hier noch aktuell? Oh mein Gott. Hier ist ein M-Map. Der Panzer befindet sich 100 Meter suchlicher in der Kurve von der aktuellen Familie. Ich habe hier schon Feind-Kontakte. Ich brauche unbedingt jetzt Unterstützung. M-Rap hier oben auf Ding. M-Rap auf... Oh, wir haben jetzt multiple Feind-Kontakte, Water Storage, da steht ein M-Rap. Da steht ein M-Rap und unterschiedliche andere Sachen. Wir haben ein M-Rap auf Water Storage. Wird der noch, oder ist der... Naja, der raucht. Raucht die Hölle. Da ist noch ein anderer. Charlie Marker ist noch ein anderer. Der müsste lieber auf eine Mine gefahren sein. Ich habe jetzt aufgegeben, weil dem Lodgy keine Muni mehr ist und ich eh da unten bin. Ja, ja, Feinde hier auf Water Storage, jede Menge. Chucky, gehst du dann zu Hofer? Ja, genau, das hatte ich vorher und dann da bei dem Ding zu helfen. Ah, sehr gut. Olga, du kannst dann, wenn du willst... Ist der Striker Marker genau? Ja. M-Rap Open Top. M-Rap Open Top. M-Rap Open Top. Ich glaube, das ist kein Striker Marker. Da steht auf jeden Fall ein zweites Weg. Ja. Open Top, M-Rap of Water Storage. Open Top, M-Rap of Water Storage. Der war schon ziemlich angeschlagen. Zerstört, zerstört. Sehr geil. Gut gemacht. Geiles Teamwork. Infanterie hatten angeschlagen, Panzer vernichtet. Sehr gut. Panzer vernichtet, Feindeherkampfpanzer vernichtet. Wir kommen jetzt wieder zu dir, ne? Panzer keinerlei Schaden genommen. M-Rap Open Top. Ja, wir haben ja 2.000 Abo drauf. Durch unsere gnadenreiche Vorarbeit hier. Mensch. Sehr gut. Zusammenarbeit. Das hat noch fein gemacht. Hahaha. K-A-Lala, weggestehen. Alter, wie viel Spaß das immer gemacht. Ist ja echt ein Trick hier. Ja, schnelltegab. Das ist genial. Deine Infantrie sitzt auch meine BTR auf. Ja, was ist das? Ja, was ist das? Ja, was ist das? Willkommen beim Teamwork. Wo die genau das so was einfach durchgeballert haben. So röselige Zweige. Aber seht ihr das? Das wollen doch alle krein. Hey, es macht doch was. Ich wieder alle irgendwo auf der Kale. Ich guck mal, was die Jungs hier machen. Ich unterstütze nur nicht grad. Überall wo ich hinlaufe, ist nicht schlimm. Ich hab mal Bock drauf gehabt in dem Gamecoach. Eihil, wo bist du? Ich such hier... Pilze. Ja, ich merk schon. Das ist okay. Ich glaub eher, du hast schon zu viele davon verkonsumiert. Aber ich wäre jetzt... Pessled geworden. Oh, das würde ich nicht hören. Entschuldige. Major Victory! Das war Monster Energy. Major Victory! Das war der Striker. Wisst ihr was, das geilste ist? Ich hab das Spiel aufgenommen. Das heißt, wir haben das nachher... Schön auf unserem YouTube-Channel. Dafür, dass ich gefühlt nur... Dodgy gefahren bin und... Satz sp Wort. Was bist du creat drauf? Dies get west kring her? Whisper? Die meisten und Abeven sich übers Herz spen Ugandel. Das war's eine 100e нормलende Woche... Die ganze Zeit ist dringende Woche.